Moin Leute und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Piero. Es gibt neue Änderungen in GTA Online, außerdem könnt ihr gratis Geschenke bekommen und alle Infos findet ihr mal wieder hier in diesem Video, also bleibt unbedingt dran. Lasst dem Video natürlich auch sehr gerne ein Like da, wenn es euch gefällt und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst auch dem Kanal gerne ein kostenloses Abo da und macht die Glocke an, dann verpasst ihr wirklich keine GTA Online Videos mehr und ihr hilft mir auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Wie immer werden jetzt noch ein paar Leute von euch gegrüßt, die im letzten Video einen Kommentar mit Hashtag Gruß geschrieben haben. Ein Gruß geht raus an Giuseppe Vasallo, dann geht ein Gruß raus an Ghost Basaka, ein Gruß geht raus an Pascal Black, dann geht noch ein Gruß raus an Watt Wurm und ein Gruß geht raus an die heilige Gottheit. Ja und wenn du auch mal in einer meiner Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann lass doch einfach mal ein Like auf diesem Video da und schreib einen Kommentar mit Hashtag Gruß. Und jetzt würde ich sagen, starten wir sofort rein in das heutige Video. Starten werden wir mit der ersten Änderung für GTA Online und dabei handelt es sich um ein kleines Background Update, mit dem ja das ein oder andere Problem gelöst wurde, gefixt wurde und auch die ein oder andere Sache gepatcht wurde. Gepatcht wurde auf jeden Fall ein Giftcast to Friends Glitch Workaround mit der Basis. Dann wurde ein Problem behoben, wo ihr euren RC Bandito in der Arena Garage modifizieren konntet. Außerdem wurden dann noch Probleme mit einem Stuntrennen gefixt und es gab ein Problem mit der Zwischensequenz von Caio Perico Velum. Und ja, das Ganze wurde jetzt gepatcht, gefixt und eben ja verbessert. Das war es jetzt zum kleinen Background Update. Es gibt noch eine weitere Änderung in GTA Online und zwar sind die Kurztrips jetzt für alle über das Jobsmenü verfügbar. Ihr müsst dafür jetzt nicht mehr den VIP Auftrag von Dr. Dre abschließen. Abschließen. Außerdem gibt es für die Kurztrips in dieser Woche dazu dann auch noch doppelte GTA-Dollar und der P. Das war es dann auf jeden Fall jetzt erstmal von den Änderungen in GTA Online. Dann haben wir auch noch Gratis-Geschenke in GTA Online, die wir uns die komplette Woche abholen können. Wir werden mal mit dem ersten Geschenk starten und zwar Kleidung zum Valentinstag und Gusenberg Bleispritze. Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, um sich so richtig auszuputzen. Deshalb können sich alle Spieler diese Woche mit kostenlosen pinkfarbenen roten und weißen Waffenfarbtönen und Bekleidung die Teil des Valentinstags-Special war eindecken. Außerdem bekommt ihr die Gusenberg Bleispritze aus Seiten der Profibition kostenlos bei allen teilnehmenden Ammonation-Filialen in der Stadt. Dann könnt ihr euch in dieser Woche noch ein zweites Gratis-Geschenk abholen und zwar die zahlreichen Gartinen des Alfredo-Smith-T-Shirt. Das könnt ihr diese Woche bekommen und dafür müsst ihr euch in dieser Woche einfach nur in GTA Online einloggen. Sind auf jeden Fall coole Sachen, Geschenke haben immer was cooles an sich und ja, es sind eben Gratis-Items, die ihr euch abholen könnt. Und meistens sind diese auch limitiert, beziehungsweise auch einfach selten, weil sie nicht immer im Spiel sind, sondern weil man eben dafür mal spielen muss oder bestimmte Sachen machen muss. Ist auf jeden Fall immer recht cool. Das soll es aber auch schon von dem Video gewesen sein. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare und lasst natürlich gerne ein Like auf diesem Video da. Und natürlich auch kostenlos den Kanal abonnieren, macht die Glocke an. Kostet euch ein paar Sekunden, ist für mich ein Riesensupport. Road to 50k, ich bin jetzt raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute.